Jetzt ist Marc dran mit einem Beruf mit R. Was soll ich machen? Ich hab doch keine Latter. Ich bin mit R. Beruf mit R. Mach nicht den. Weißt du, was man in der Zeit sagen muss? Mach nicht schon wieder den. Soll ich jetzt Pannele machen? Nein! Das war nur ein Beruf. Was soll einen sagen? Ritter. Wahrscheinlich Beruf. Ritter. Alter, was ist los bei euch? Rasenmäher. Oh, im Chat sind gute Dinger drin. Rasenmäher. Sogar doppelt. Ja, okay. Rasenmäher. Räuber. Dann sag ich Reitlehrerin. Damit wir mal ein N haben. Das ist schlau. Digga, ich bin da. Ich war nie weg. Rosenkavalier. Wie ist denn im Arbeitsvertrag drin oder? Der Bachelor? Ja. Ist ein schönes Wort. Willst du auch noch zukommen? Du bist schon wieder nur am rumlaufen. Mit N? Ja, ich hab ja gesagt. Reitlehrerin. Mit N? Mit N? Mit N? Ja. Oh, stark. Er sei einfach Profi. In so Games blüht Knossel aber auch, ne? Ja. Haben wir nicht das Kartenspiel nochmal da? Ja, das wäre so geil. Aber es ist so unser eigenes Kartenspiel. Wir brauchen die Karten gar nicht. Funktioniert voll gut. Aber wir können das Spiel ja so spielen. Wir können es noch basteln. Hab ich gut geschlafen heute, ey. Schatz mit dir. Eine Eigenschaft mit L. Wüsste ich. Oh, da kommt schon wieder was gefährliches. Was hast du schon wieder gemacht? Nein. Was hast du gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Okay. Ich hab nur gedacht bisher. Um was hast du gedacht? Okay. Wer ist dran Knossel? Ich glaub du bist dazu gekommen. Mit R? In deinem Beruf? Mit R? Mit N gerade. Mit N. Wir waren aber Nageldesigner. Jetzt wieder mit R. Das Berufe enden immer auf R so. Das ist scheiße. Ja, deswegen Tiere sind viel besser. Ja. Gehen wir noch mal eine Tierrunde rein? Oder wir haben jemanden, der einfach nur hier steht und sagt Beruf. Und dann der nächste Sport. Oder wollen wir Länder, vielleicht Länder? Länder? Länder. Ja, ja, ja. Länder? Länder. Ja, können wir das probieren? Niederlande. Okay, du, was? Wer fängt an? Ich. Niederlande. 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 Machen wir das im Kreis? Oder machen wir das im Kreis? Wir machen das im Kreis. Niederlande. Äh, G. Nicht mit Ä hinten. Niederlande. Also Fritz ist dran mit N. Nee, Niederlande. E. England. Dankeschön. Hey. Chat hilft dir auch sofort. Esland. Dienemark. Mit K. Ja. Mach mal Chat wieder aus, ja. Köln. Reicht dann auch. Was, Köln? Kroatien. 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 Vigeria. Achso, wie geht's jetzt? A. A. Algerien. Mit A. Gesundheit. Schon wieder N. Nordpol. Nordpol. Was kennst du mit der falsche Hilfe gibt's? Nordpol, zack mal. Nordpol. In der Schule immer, hast du dich mit einem Freund dran. Sag, sag. Vorwegen. Oh. Eken. Ey, Schatzi, das ist ja im Chat gelesen. Schon wieder N. Scheißspiel. Nächstes Ding? Ja, ist schon wieder N. Weiter mit N. Ohne Chat zu gucken. Oh. Ohne Chat zu gucken. Zack. Nordkorea. Nordkorea. Wussig. Wussig. Was? Australien. Mit N. Nordkorea. Ey, das kannst du bei Ländern vergessen, weil die meisten auf N hinten. Ja, das ist wieder scheiße. Wir den prüfen immer wieder. Ich sag euch, die Tiere ist das Ding. Nigeria. Hab ich doch eben gesagt. Nein, wir müssen Tiere spielen. Hast du schon gesagt. Nicaragua, auch gut. Nordmazedonien. Nordmazedonien. Oder wir machen Städte. Städte, komm. Städte, gut. Aber das Problem ist jetzt, so ein Spiel im Chat. Kommt alle gleiche bei raus. Berlin, München, alles N. Hannover. Nee, es gibt ja auch andere Städte. Rostock. Stand. Hannover mit C, Schatz. Hannover. Was machen wir? Städte? Chemnitz. Oh, Marc. Können wir den kurz nochmal erwähnen? Hannover. Ja, lass uns den einmal groß machen, bitte. Hannover. Sie sagt Hannover und du sagst Rostock. Ich so, R mit A. Hä? Hä? Digga, Hannover ist mit R. Ja, aber Marc meint ja gerade so, Hä? Also Hannover. Ich dachte, warum sagt der nicht Aachen? Völlig falsch. Ey, das war richtig. Das war richtig. Das war richtig. Das war richtig. Geiler. Reicht dann. Okay. Ja, jetzt ist der Chat auch weg. Rostock war hier. Rostock. Äh, 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 Kempten. Ja. Okay. Jetzt ist der Chat weg, jetzt bin ich raus. Da schmeiß ich auch nichts mit. Zu eins. Mit N. Mit N? Fünf. Mit N. Vier. Also man muss schon selber jetzt auch erkennen, was der letzte Buchstabe ist. Das sollte man selber erkennen. Ich bin überhaupt nicht da. Drei. Nein. Mailand. Mit N wie Nordpol. Moneten. N, Nailand. N, Nailand. N, ganz einfach Nürnberg. Achso, stimmt. Ja. Okay, nimm Nürnberg. Nibel. Was denn jetzt? Nürnberg? Nibel. Nibel. Sag mal, ist jetzt eine Person dran? Ja, du bist dran. Nibel. Was? Nibel. Nibel. Was soll das sein? Was ist das? Die Nibelungen sage? Ich sehe jetzt zwar nicht mehr, aber es ist eine Stadt. Nibel. Endet auf L, was? Nibel oder was? Ja, mit zwei L sogar. Okay, aber ich habe ja nur ein L, was ich nehmen muss. N, N, Doppel-End bitte. N, N, Doppel-End bitte. N, N, Doppel-End bitte. Leipzig oder Leipzig. Was ist jetzt Joey auch mit reinbinden? Ich nehme Leipzig. Leipzig. Ich verstehe das Spiel nicht. Also guck mal, es geht um Städte. Genau. Du musst immer, er hat jetzt Leipzig gesagt. Du bist dran, eine Stadt zu nennen. Leipzig, letzter Buchstabe G. Letzter Buchstabe G, eine Stadt einfach. G, Gott. Immer letzte Buchstabe, eine Stadt. Ja. Joey, du warst nur für eine Städte. Kann auch kleine Stadt sein. Dorf, G, egal. Loma G. Mit G vorne. Mit G starten. G, Loma G. G, Loma G. G, Loma G. G, Loma G. Hätte ich geglaubt. Joey, G, Loma G. Hätte ich gedacht, da war er schon. Ja, der hat schon einen Auftritt. Was? Okay. Nächster. Oh, sorry. Das ist zu schwierig für mich. Sag Gummersbach. 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 Du bist da mit H. Okay. Wir nehmen keine Doppel. Du darfst nicht wieder Hannover nehmen. Ach so. Ich weiß ja nicht, was wir stehen. Wir haben gerade angefangen. Ich habe Hannover genommen. Eine Runde nur. Du bist frisch dabei. Es scheint schwierig zu sein, das Spiel. Wirklich ein Hardcore. Weitgürste Stadt. Hamburg. Mit G. Göttingen. Start. Göttingen. 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 Nürnberg. Mit G musst du doch machen. Göttingen. 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 Einann sagt ich Ankara. Ankara. Start mit A. Das hatten wir alle schon. Nein, kann es noch. Ist egal. Weitere. In der erste Runde. Haben wir schon. Nein. Aachen hatten wir nicht. Aachen hatten wir nicht. Aachen hatten wir nicht. Okay. Und du? Schon wieder N. Was? Nürnberg? Burg? Was ist Nürnberg? Nürnberg. Wo liegt das? Och, Digga. Was soll denn die Scheiße jetzt? Wer ist der Nürn... Nürnberg-Ringen? Nürnberg-Ringen. Nürnberg? Ah, die Stadt Nürnberg-Ringen. Hä? Ja, natürlich. Ja, aber ich hatte eben schon Liebe. Mit dem großen Brunnen, ja. Aber wir sind wieder bei N. Geht halt weiter. Geht hier nicht. Hör auf, bitte. Ich würde nicht auf dem Gymnasium... Ich hab noch nicht Seelen jetzt. Abitur ist lange her. Schulabschluss. Wenn du das geschafft hast, weiß ich übrigens nicht. Ich auch. Ehrlich gemein. Hey, ich hatte voll guten Schnell. Okay, was hat... Nee, das ist... Immerhin. Hast du Abitur? Ich hab kein Abitur, nur Straßenabitur. Hab ich auch nicht erwartet. Ich hab beides Abitur. Nee, hab ich auch nicht. Machst du die Stadt mit N, oder? Nee. Nee. Das kriegst du. Stadt mit N. Weltweit. Ja. Oh, Digga. Ich war bei Niebel. Ja, aber... Du bist in der zweiten Runde. Denk mal, was... Denk mal, was ist die... Ich hab... Ich hab keine Hilfe. Da kann man nicht helfen. Haben wir in Neapel schon gesagt? Nee. Nein. Neapel. Neapel. Gut. Ludwigsburg. New York, hab ich gedacht. Ach so. Ach so. Ich nehm Niebel in die Runde. Boah, ey. Mit N anfangen eine Stadt. Was war es gerade? Was hast du gesagt? Ludwigsburg, hat er gesagt. Ludwigsburg. Mit G. Also da muss ein L und ein G. Nur das letzte Buchstabe. Nur das letzte Buchstabe. Nur das letzte Buchstabe. Nur mit... Wieder G. Du musst mit... Einfach nur eine Stadt mit G. Boah, das sind immer ähnliche Sachen. Ja, das ist so. Bei Tieren... Tiere besser. Ich sag, wie es ist, Leute. Aber ihr wollt eigentlich... Groß Greger. Groß Greger. Groß Greger. Opel. Ulm. Jetzt. Es gibt nur eine Stadt mit M. München, hab ich gesagt. Ja, richtig, genau. New York. Welche hast du gedacht? Meine Heimatstadt. New York. Dann bin ich dran. Jetzt, pass auf, Koblenz. Oha. Oh, schön. Mit Z. Zauberkasten. Zauberkasten. Mit Z. Mit Z. Da fällt ein... Ich guck in den Chat. 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 CZ glaube ich. Ich bin viel zu ungeduldig für solche Spiele, ne? Ich will, dass das zack, 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 zack geht und nicht zwischen geredet wird. Ja, alle labern. Ich kann das nicht. Okay, der hat recht. Zählt schon. Oder? Zählt recht. Du bist mit E dran. Mit E? Essen. Stark. Nein. Oh, wieder mit E. Okay, neue Kategorie. Neu-Isenburg. Sag. Neu... Ey, also es gibt doch so viele tausende Städte. Ja, aber... New Mexico. New Mexico. Gibt es auch als Stadt? Ne. Ja. Ist das eine Stadt? Nein, das ist ein Land in den USA. Das muss man noch wissen. Ja, wirklich. Seid ihr noch nie da einmal komplett überall gewesen? Was? Was? Was ist das? Ja, ich will eine neue Kategorie. Okay. Mit W. Ne, mit N. Ja, mit G. Eine Kategorie mit G. Was? Okay, was nehmen wir für eine neue Kategorie? Oder? Vielleicht hat auch keiner mehr Bock außer wir. Ja. Boah, nee, 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 nee. Kann ich dir so gut sagen? Nein. Okay, Big Brother. Nein, aber hey. TV-Shows ist jede Netflix-Serie. Ja, okay. Ich kenne das nicht. Pass auf, wir machen Serien, Filme. Filme auch. Ja, okay. Serien, Filme, TV-Shows. Ich bin auch. Ja, okay. Alles in meinem Leben geguckt. YouTube-Videos machen wir auch. Okay, darf ich mit Pea anfangen? Ja, mach. Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf. F. Forrest Gump. Mit F. Nein. Forrest Gump. Mit P. Mit P. Mit P. Ein Film. Oder eine Serie. TV-Show mit P. Oh, super leicht. Oh, mit Big Brother. Ja. Weil mir gerade einer eingefallen ist. Ja, ja. Legendenfilm. Ja, stimmt. Denkst du auch an den? Natürlich. Mit Tinkerbell? Denk dran, wo wir hier sind, Joey. Tinkerbell? Hornos. Pornos. 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 Peter Pan. Ja, Peter Pan. Pornos. Ja, dann würde ich da bleiben und sagen Sexflitzchen und die sieben Monster. Fox. Gerade ausgedacht. Okay. Wir können Pornotitel machen. Ja, bin ich raus. Ich bin raus. Unangenehm. Siebenstein. Siebenstein. Siebenstein mit diesem sprechenden Koffer? Ja. Das muss ich mit N, ne? Ja. Nibel. Nampf der Rinelli ist nicht nass. 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 Mit N. Habt ihr schon alle was? Ja, Ben Stiller. Mit N. Ja. Nennst Nilla? Mit Ben Stiller. Nein, mit Ben Stiller der Film. Es geht um, befindet sich in einem... Nackte Kanone. Oh, okay. Genau. Da muss man einmal hingehen. Geiler Film mit Leslie Nielsen, Alter. Nackte Kanone. Wo bist du jetzt? Bei E, ne? Ja. Nackte Kanone. Ein Land vor unserer Zeit. Schön. Lidlfurt. Oh, okay. Super. T. Ähm. Ja, klar. Überleg mal. Oh, ich wüsste was. Ja. Dann wird's voll gut im nächsten Video. The Prince from Bel-Air. Wuhu. R. Geil. The Fresh Prince of Bel-Air. Ja. Ein bisschen anders auch. Mit R. Ich hätte dem anders gezogen. True Men Show gesagt. True Men Show, ja. Was R war das, gell? Ja. Richterin Barbara Salisch. Klassiker. Ja, Klassiker. Barbara Salisch. Mit H. Mit H. Harry Potter. Ja. Klar. Legende. Mit R. Ritterkönig. Wie? Ritterkönig? Wer kennt Ritterkönig? Wer kennt Ritterkönig? Aber hast du Teil 2 gesehen? Mit der Prinzessin Martino? Nein, es gibt wirklich einen Film Zeitritter. Den kenn ich. R. R. Ritterkönig. 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 Überlegen wir mal, ob wir noch was anderes mit R finden. Fällt euch direkt was ein? Ich weiß nicht, ob es das als Film gibt, aber ein Buch. Doch, natürlich fällt mir was ein. Ein Film mit einem Boxer. Oh ja! Mehrere Teile. Oh ja! Da gab's noch die Frühe, oder nicht? Aber bei welchen Buchstaben sind wir? Bei R? Oh ja! Mit der langen Treppe. Mit der langen Treppe. Bereit sie vor. Ey, Digga! Wir sollen jetzt alle privat...